Als Markenpartner aus Belgien teilen wir die Werte und das Engagement für lokale Entwicklung und Wachstum. Mein Name ist Vanessa Pirlo, 43 Jahre alt. Seit Januar 2023 bin ich Werksleiterin hier für den Standort Raren. Norsk Hydro ist ein internationales norwegisches Unternehmen, das sich auf die Produktion von Aluminium und erneuerbarer Energie konzentriert. Der Standort Raren, gegründet in 1960, ist Teil der Hydro Extrusion Gruppe mit circa 230 Mitarbeitern. Wir sind Teil der Benelux-Region, wobei jedes Werk von den sechs Werken sein Spezialgebiet hat. Also die Entwicklung ist ganz wichtig, das Strangpressen, das Eluxieren und die mechanische Bearbeitung von Aluminiumprofilen, die in verschiedenen Anwendungen zu sehen sind, zum Beispiel im Bauwesen, Transport und Maschinenbau. Raren zeichnet sich durch modernste Produktionsanlagen, engagierte Mitarbeiter und natürlich eine günstige geografische Lage. Investition in der Zukunft ist für uns in Raren ganz wichtig. Zurzeit sind wir gerade dabei, unsere neue Presse, unsere P20, in Betrieb zu nehmen und unsere Eluxal-Bäder zu erneuern. Wir als Unternehmen legen großen Wert auf Nachhaltigkeit, Innovation, aber auch Kundenzufriedenheit. Unsere Werte Care, Courage and Collaboration spielen für uns eine wichtige Rolle. Die Vorteile aus Belgien sind vielfältig. Die Sprachen sind bei uns einen Riesenvorteil. Wir switchen hier in Raren zwischen Deutsch, Französisch, aber auch Niederländisch, Englisch und noch andere Sprachen. Zudem schätzen wir die hohe Lebensqualität hier in der Region. Zudem schätzen wir die richtigen Zeit. Zudem schätzen wir, uns für die Riesen zu panisch. Zudem schätzen wir, wenn wir eigentlich in den Ring-Gocken im Augen. Wir schätzen wir, dass die Riesenpaktion haben. Wir schätzen wir, dass die Riesenpaktion auf den Riesenpaktion, die Riesenpaktion haben. Wir gucken uns an einfachen, wie wir hier sein.